Ja, das Video zum neuen Diebstahlschutz beim iPhone mit iOS 17.3 hat sehr, sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer eingezogen, bald 40.000 und bald 300 Kommentare und ein Nachzug hat sich aufgedrängt, weil es kamen ein paar Fragen. Die häufigste Frage war, warum finde ich das auf meinem iPad nicht? Da habe ich ja auch jetzt 17.3 drauf. Nun, die Antwort darauf ist leider frustrierend und ärgerlich und Apple hat es leider nur fürs iPhone ausgerollt. iPad-Diebe haben Glück, kann man fast sagen. Ja, wirklich so ärgerlich. Bei mir ist es ja so, bei mir sind die wichtigeren Daten eigentlich auf dem iPad und auf die iPads passe ich besser auf und die möchte ich wirklich nicht, dass die geklaut werden und da gibt es die Funktion noch nicht. Aber natürlich ist nicht aller Tage Abend. Wir kennen es ja schon, das blöde Spiel von Apple Music Classic, da war es dasselbe. Da gab es auch erst eine iPhone-Version und die iPad-Version kam dann mit gebührendem Abstand hinterher. Das ist immer ein bisschen so in den letzten Jahren. Als die neue App-Gallery kam, dahinter diese App-Bibliothek, wo man alle Apps hat, kam das auch erst aufs iPhone und dann mit dem Jahrverspätung aufs iPad. Ich hoffe doch sehr, dass iPadOS nicht so lange auf diese wirklich großartige Funktion warten muss. Also wirklich, ich habe volles Verständnis für alle, die sich geärgert haben in den Kommentaren. Ich habe mich auch geärgert. Ich hätte das wirklich sehr, sehr gerne gehabt und ich hätte es auch sehr, sehr gerne gesehen, wenn Apple da nicht dann nochmal länger... Was kann denn so viel schwieriger sein, das auch noch aufs iPad zu bringen? Aber klar, wir wissen nicht, wie das genau gemacht wird, aber es ist doch nicht so eine Hexerei. Das hätte wirklich drauf gehört, finde ich. Aber dann warten wir halt mit unseren iPads, bis wir das auch kriegen, den guten Deep-Stahl-Schutz. Und ja, iPad-Diebe können sich derweil ein bisschen freuen. Dann eine andere Frage, die ich auch sehr oft gekriegt habe, übrigens auch unten an meinem Artikel für den Tagesanzeiger, den ich dazu geschrieben habe. Es muss irgendeinen lustigen Bug geben im Moment, wo es heißt, ich kann die Funktion nicht aktivieren, und du musst erst dein iPhone einschalten. Ja, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber ich habe die Meldung inzwischen von so vielen Leuten gehört, dass da wohl bald ein Bugfix kommen muss. Kann ja nicht sein, dass ein eingeschaltetes iPhone sagt, man solle es einschalten. Nein, da ist irgendwas schiefgelaufen mit dieser Funktion. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Dann natürlich ganz, ganz viele Funktionen, nein, Anfragen. Bei mir funktioniert das nicht. Ich kann ja immer noch den PIN-Code eingeben und sehe meine Passwörter. Nun, das liegt eben daran, dass die Leute, die das geschrieben haben, alle zu Hause sind. Weil an sicheren Orten, wie dem Zuhause oder dem Arbeitsplatz, da kommen wir nachher noch dazu, kann man weiterhin den PIN-Code eingeben. Weil Leute haben auch gefragt, was passiert, wenn ich einen schrecklichen Unfall habe und mein Gesicht entstellt ist und Face-ID nicht mehr funktioniert. Kann ich dann alles wegschmeißen? Nein. Dieser Daten- oder Diebstahlschutz ist gemacht, um, wenn man unterwegs das Handy verliert, dass man dann nicht, wenn es jemand in die Finger kriegt, dass der damit nicht Spaß und Quatsch anstellen kann. Aber wenn man zu Hause ist, wo man in Sicherheit ist, da kann man weiterhin den PIN-Code eintippen und zack, sieht man die Passwörter und kann sein iCloud-Passwort ändern und all die Sachen, die halt vom Diebstahlschutz geschützt werden. Also da muss sich niemand Sorgen machen, dass man, falls man jetzt irgendwie eine Bandage im Gesicht hat und der Face-ID nicht funktioniert, dass man dann selber ausgesperrt wird. Nein. Wenn man zu Hause ist, dann funktioniert es weiterhin. Und wenn man eben nicht zu Hause ist, dann nicht. Und natürlich hat das wieder Fragen aufgeworfen. Ja, wie bestimmt man denn, wo die sicheren Zonen sind und wo nicht? Nun, mir ist es ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz klar, wie das funktioniert und wie man das editieren kann. Ich habe auch experimentiert. Ich habe beispielsweise hier mein Büro als Arbeitsplatz jetzt definiert, aber ich kann es euch ja zeigen. Schwupps. Gehen wir in Einstellungen rein. Dann gehen wir meine geheimen Passwörter angucken. Passwörter. Und dann kommt eben wieder Face-ID da oben. Er kennt mich aber nicht. Nochmal versuchen. Nochmal nicht. Und jetzt sagt er eben, Face-ID ist erforderlich. Der Schutz für gestohlene Geräte ist aktiviert. Es ist also hier kein sicherer Ort fürs iPhone. Obwohl ich das jetzt als Arbeitsplatz definiert habe. Da muss man in den nächsten Tagen mal noch ein bisschen gucken. Vielleicht hat es jemand von euch schon herausgefunden, wie man es editiert. Ich habe es in den Kontakten versucht. Da kann man ja eben, wie gesagt, sagen, wo der eigene Arbeitsplatz ist, wo das Zuhause ist. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob man das überhaupt beeinflussen kann und wie man das beeinflussen kann, wo diese sicheren Orte sind und wo nicht. Aber die Chance ist sehr, sehr hoch, dass das eigene Zuhause ein sicherer Ort ist. Aber da müssen wir noch ein bisschen Auge drauf haben und falls da jemand mehr entdeckt hat, ungeniert unten rein kommentieren. Da bin ich auch sehr gespannt und sehr, sehr empfänglich für weitere Tipps, wie man das vielleicht beeinflussen kann, dass es hier dann auch wieder mit PIN-Code funktioniert. Nicht, dass ich das jetzt bräuchte. Ich habe ja nicht vor, hier mit dem bandagierten Gesicht oder mit Sonnenbrille aufzukreuzen, dass Face-ID dann nicht funktioniert. Das waren so die drängendsten Fragen rund um den neuen Diebstahlschutz. Und ich dachte, ich muss die noch schnell beantworten und mir vor allem ein bisschen Dampf ablassen, dafür, dass es auf dem iPad nicht angekommen ist. So, ein Frust und, ja, aber was mich dafür wieder besänftigt, ihr kennt mich ja, das neue Zifferblatt ist so schön geworden. Ich bin jetzt den ganzen Tag da auf dem Rumdrücken. Und keine Sorge, da machen wir dann auch noch ein Video, sobald sich die Gelegenheit ergibt. So, wie gesagt, falls ihr Fragen habt, ungeniert weiterfragen, falls ihr eben noch Lösungen habt, wie man da diesen sicheren Ort verschieben kann, immer her damit. Ich werde auch sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe es noch nicht hingekriegt. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben, falls ihr findet, ja, aber bei mir funktioniert es immer noch nicht. Daumen nach unten, ja, muss man vielleicht auch noch ein bisschen Zeit geben, der Funktion. Gerade eben das mit dem, das iPhone bitte erst einschalten. Ich werde nicht überrascht, wenn da sehr bald ein kleines Update hinterherkommt, was das fixt. Oder vielleicht kann es Apple auch direkt bei sich reparieren. Falls ihr das Video zum Zifferblatt und zum kommenden Armband nicht verpassen wollt, unbedingt Abo abschließen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.